Hallo, sei gegrüßt. Heute geht es um Schlacht ist Macht, denn wir befinden uns aktuell in der zweiten Etappe in der Schicksalsschlacht. Hier zeige ich dir, was ganz wichtig ist, was du unbedingt machen musst. Wie du hier siehst, haben wir hier ein Hauptquartier und das ist ganz wichtig, dieses in der zweiten Zone auch aufzubauen. Hier siehst du einige Truppen, die aktuell dabei helfen, es zu bauen und je mehr drinnen sind, desto schneller kann es gebaut werden. Denn rechts siehst du hier die Zeit, da geht es um elf Minuten schneller, neun Minuten schneller und so weiter und so fort. So, Dalle. Und dann schauen wir mal rüber. Siehst du, hier sind ganz viele Schicksalsbanner von unserem Gegner. Die haben die hier alle aufgebaut vor dem Tor, um es uns unmöglich zu machen, beziehungsweise sie denken es uns unmöglich zu machen, sie abzuschneiden von der zweiten Zone. Wir sind nämlich jetzt dabei, die abzureißen und zu attackieren. Wie du hier siehst, da haben wir schon ganz schön viel gewonnen und das ist sehr wichtig zu machen. Es gibt verschiedene, gerade unsere Gegner decken die Strategie, ihr Tor mit vielen Bannern zu barrikadieren sei schlau, damit wir ziemlich, wie soll ich sagen, ziemlich beschäftigt sind. Ist natürlich eine Strategie. Allerdings könnte es natürlich sein, dass das auch ein Ablenkungsmaneur war, von deren ihre Seite ist oder von unserer. Da muss man echt sehr strategisch denken, denn es könnte natürlich sein, die denken, ah, guck mal, hier bauen wir jetzt ganz viele Schicksalsbanner, damit die hier alle attackieren und wir woanders weiterbauen können. Das so könnte der Gegner denken. Wir könnten natürlich dann auch eine Strategie bauen, indem wir auch ein Ablenkungsmanöver machen. Hier siehst du jetzt natürlich, wir werden angegriffen. Wir sind, hier sind ganz schön viele Starke drin. Wir haben schon einige Truppen verloren. Bei mir hat es jetzt um die Hälfte ungefähr reduziert. Das macht aber gar nichts, denn ich denke, dass wir das weiterhin halten können. Warum attackieren die unser Hauptquartier? Na, ganz einfach. Unser Feind möchte nicht, dass wir dort unser Hauptquartier bauen, weil wir zum nächsten, wie nennt man das nochmal auf Deutsch, wir sind ganz auf der rechten Seite, dort, wo man auch weitere tolle Belohnungen gewinnen kann und wo die Punkte viel höher sind, wenn man dort diese Schicksalslichter besetzt. Jetzt, ich mache jetzt mal einen kleinen Versuch. Ich weiß, dass es nicht funktionieren wird, aber es ist jetzt auch egal. Du kannst ja auch ganz viel testen. Hier siehst du mal, ich möchte dir zeigen, ich schicke jetzt einfach mal ein paar Truppen los ohne meine Helden. Da frage ich dich jetzt, meinst du, dass es funktioniert, dass diese Truppen ins Hauptquartier reinkommen? Oder denkst du, dass es nicht funktioniert? Schreib einfach total gerne in den Kommentaren unten rein. Ich klaffe auf jeden Fall schon immer los. So, hier siehst du, es dauert 13 Minuten und 55 Sekunden. Und weiter geht's. So, da siehst du, wie es schön läuft. Und jetzt gucken wir mal hier in den Nachrichten rein. Okay, super, es macht mir nämlich auch so viel Spaß, mit meinen Team-Membern zu schreiben. Das ist international. Und hier sind diese tollen Emojis. Die kann man sammeln. Je weiter dein Held geht, desto mehr Emojis kannst du nämlich freischalten. So, und wieder attackiert. Und wie du siehst, haben die ganz schön beschleunigt. Und wir schauen mal, schau, wir haben auf jeden Fall ziemlich gut, ziemlich gut standgehalten, weil wir recht stark sind. Das muss man auf jeden Fall sagen. Und dann schauen wir mal, ich werde es mal beschleunigen, weil ich habe keine Lust, jetzt 13 Minuten zu warten. und schreibe unten rein, denkst du, es klappt oder nicht. So, dann schauen wir mal. So, hier, der ist ein Glorious Level 6. Und wie du siehst, es hat nicht funktioniert. So, dann schauen wir mal wieder rein, wie viel wir verloren haben. Das geht. Also, es sind nur noch echt wirklich tolle Truppen drin. So, da wurde meine Aufnahme unterbrochen. Das passiert so oft, es sind Stunden vergangen, das macht gar nichts. Ich hatte nämlich dann etwas anderes zu tun. Und dann schauen wir einfach mal nach, wo wir uns aktuell befinden und was jetzt der aktuelle Stand natürlich ist. So, hier oben schauen wir mal nach. Die Schicksalsbanner von unserem Gegner haben auf jeden Fall abgenommen. Von S20. Da haben wir wirklich gute Arbeit geleistet. Und zwar haben die das gemacht, damit sie das hier blockieren können und wir nicht dort rein können. Das macht aber gar nichts. Wie wir sehen, laufen schon welche von meinem Team rein. Schauen wir mal rüber. Wo waren wir denn vorher? Hier, das Lerne, das ist unser Bereich. Wir haben uns entschieden, mehr in der Zone 2 zu sein. Und jetzt schauen wir mal. Die sind schon dabei, bis ich hinlaufe. Es ist so spät. Marlene attackiert gerade, wie nennt man das, die vom Falkenposten. Und jetzt schauen wir mal. Hier, das bedeutet, dass das noch 14 Minuten und so und so viele Sekunden brennt. Was heißt das? Das heißt, dass wir uns in diesem Banner befinden. Und es brennt, solange, solange wir drin bleiben. Wenn der Gegner uns jetzt attackieren würde und uns rausschmeißen könnte, dann würde der Banner wieder S20 gehören und er würde nicht mehr so sehr brennen. Sondern er wird dann wieder aufgebaut. Und das ist aber nicht der Fall. Somit brennt er einfach ab. So, jetzt schauen wir mal hier drüben. Hier stehen auch einige von uns. Denn dort drüben sind dann die besseren Belohnungen. Jetzt gehen wir hier hoch. Das hast du vorher auch gesehen. Unser Hauptquartier. So, da sind wir auch. Und wie wir sehen, hat unser Gegner die Schicksalsbanner hier auch aufgebaut. Damit wir nicht zu dem Pass zur anderen Zone kommen können. Und die denken, dass sie uns abschneiden können. So, ich will wissen, wer jetzt in diesem Banner drin ist. Und schau mal nach. So, Noble Force hockt hier. Und zwar ist es recht gut. Denn er ist nah dran und stark. Und so kann man die dann sehr schnell attackieren. Indem er einfach eine Rallye eröffnet. Und dann können ganz viele mit ihm das attackieren. So, sobald aber unser Territorium weg sei. Und der Schutz nicht mehr da ist. Kann unsere Gegner ihn attackieren. Das wäre natürlich nicht so gut. Aber das macht gar nichts. Und das wird nicht passieren. So, ich marschiere mit meinem Eins und dem Pferdchen hoch. Dauert ein paar Sekündchen, bis ich oben bin. Damit wir endlich mal einen Bericht haben, den ich dir dann auch zeigen kann. So, diese Schicksalstürme sind sehr wichtig. Darüber werde ich auch mal ein Video machen. Aktuell nicht. Bleib auf jeden Fall im Kanal dabei. Denn dann wirst du darüber etwas Schönes hören. Sehr hilfreich zu wissen. Denn so viele Spieler wissen es einfach nicht. So, noch wenige Sekunden, bis ich endlich oben bin. Was denkst du, wer drin ist? Sind es viele? Sind es nicht viele? Ach, schau mal an. Prinzessin Marie mit ihrem Hauptaccount und ihrer Farm. Ähm, wer hätte das gedacht? Also nicht so viel los. Normale G4-Truppen. Und mal schauen, was in der Farm drin ist. Okay, noch nicht so stark. Macht nichts. Das könnte man zum Beispiel auch zu zweit gut einfach attackieren. Und niederbrennen. Macht aber mal nichts. Wir lassen es jetzt einfach mal schön weiterbauen. Schauen wir mal. Ja, passt, gell? So, noch die Berichte. Nicht so wichtig. Gehen wir wieder raus. Ähm, dann schauen wir mal einfach weiter. Sodale. Hier. Das Event ist ganz wichtig. Denn hier geht es um Macht. Wir haben gerade den Rang B. Und hier ist ganz wichtig, dass du hier die ganzen Aufgaben erfüllst. Also gibt es morgen die Etappe 3. Und Tag darauf sind wir dann Etappe 4. Das heißt, dieses Event geht nur eine Woche lang. Und dann ist es auch schon vorbei. Die Belohnungen sind nicht allzu toll, aber immerhin gut genug, um auf jeden Fall mitzumachen. Denn wie schon gesagt, Schlacht ist Macht. Hier siehst du, was man so alles bekommen kann. Und ich empfehle dir auf jeden Fall immer schön, alle Aufgaben zu erfüllen und ganz wichtig, in einem Team zu arbeiten. Und nicht einfach wie ein Egoist drauflos ballern, ohne Kommunikation. Das ist nicht Sinn des Spiels. Kommunikation, Strategie und Teamplay ist ganz wichtig. Hier Etappe 1 ist schon erledigt. Etappe 2, da befinden wir uns gerade. Und dann, wie gesagt, die anderen Aufgaben werden auch noch gemacht. Und denk daran, auch schön deine persönlichen Aufgaben zu erledigen, um ein gutes Ranking zu haben. So, dann schauen wir mal hier. Kannst du nämlich auch in der Schicksalsschlacht-Chat mit allen dich unterhalten, die sich auf diesem Kontinent befinden. Das finde ich ganz toll, denn so kannst du tolle Connections und Freunde machen und dann auf Discord euch vernetzen, um dort weiterhin Freunde zu sein, Strategien auszutauschen, Ideen und so weiter. Ich finde es richtig toll, denn so mache ich es auch so gut wie immer. Dann schauen wir mal hier. Hier ist PLM, die sind die Grünen. Die haben das jetzt so hingebaut. Ganz wichtig, Flammenlager natürlich zu besetzen. Das haben wir auch schon gemacht am Anfang, da hatten wir die Punkte Flammenfestung natürlich auch. Dafür bekommst du Punkte. Und hier siehst du, wir sind die Lillanen. Wir haben das anders gemacht. Und was ganz wichtig ist, Schatzpass ist dieses Mal hier in der Stadt. Wieder mit dieser Plus-Funktion wie in der Schlacht der Unordnung. Geht dann super schnell. Also nicht zurück nach Hause gehen, sondern bleib hier in der Schicksalsschlacht, um diesen Schatzpass ganz schnell zu erledigen. Spart ganz viel Zeit. So, hier, der Pass 1 ist ganz wichtig, dass du das in der ganzen Anfangsphase, so schnell wie möglich, deine ganzen Flaggen hinbaust. Dann natürlich hier, um ganz tolle weiteren Belohnungen zu bekommen, beziehungsweise einen tollen Angriffsbooster. Denn dafür sind diese Teile da. Und natürlich dann Pass 2 auch definitiv zu besetzen, denn er öffnet schon 6 Stunden. Da siehst du, ist ganz wichtig, dort hochzubauen. Hier natürlich wurde unser Weg schon mal ein bisschen parakadiert, aber es macht gar nichts, denn wir werden es schaffen, die dort abzuschneiden. Damit wir hier in diesen Pass reinkommen. Und die Strategie dahinter ist einfach die, dass es 20 dann nicht mehr es schafft, in die dritte Zone zu kommen, also in die Mitte. Weil die dann den Pass 2 einfach nicht schnell genug besetzen können. Es sei denn, die sind die ganze Nacht wach und bauen wie verrückt. Wird aber definitiv nichts sein. So, dann schauen wir hier rüber. Das Flammenheiligtum, das ist unser Ziel, das als nächstes zu besetzen. Und ganz wichtig, dann das Flammenportal. Da möchten wir alle hinbauen. Denn da wird die Schlacht der Macht sein, so nenne ich das. Hier rum geht es einfach, die beste Allianz zu sein und die stärkste, hier oben dann die Schlacht zu gewinnen. Hier schauen wir mal weiter. Die Allianz wurde schon mal abgeschnitten, schau. Denn die kommt dort nicht raus. Natürlich hier hat PLM gebaut. Es ist ganz wichtig, dass du das in der ersten Etappe machst. Denk daran. So, schauen wir nochmal hier drüben. Diese rote Allianz Team, so heißt sie genau, hat hier rüber gebaut, wurde dann sofort abgeschnitten von ihren Gegnern, von PLM. Die haben auch hier die Flaggen aufgebaut, sodass es auf jeden Fall schwieriger wird und länger dauert, dort rauszukommen. Was Team machen könnte, ist jetzt hier ganz schnell weiterzubauen. So schnell wie möglich rauszukommen. Das machen sie nicht. Wahrscheinlich haben sie kaum Zeit, online zu sein, um zu spielen, um hier rauszukommen. Oder sie haben sich entschieden, einfach in der ersten Zone zu bleiben. So, dann schauen wir hier oben. Hier könnten sie nämlich ihr Hauptquartier hinbauen, um dann dort einfach, wie wir es hier gemacht haben, und wir haben das natürlich auch so gemacht, Hauptquartier oben hinbauen, damit wir dann hier oben die Gegner abschneiden können, um in die zweite Zone, Entschuldigung, ich meine dritte Zone, reinzukommen. Denn dann öffnet sich Pass 2. So, ich würde es auch hier hinbauen, mal schauen wir mal. Hier sind nicht allzu viele starke Gegner aktuell vorhanden, also könnte man das echt easy peasy dort machen. Denn PLM hat hier Hauptquartier hier, aber ich sehe hier aktuell keine Gegner, weil die auf der anderen Seite sind. So, und schauen wir mal hier rüber. Ah, wie es aussieht, ist hier niemand vorhanden. Niemand da. Okay, somit hat die grüne Allianz, wie heißt denn die, ich muss gleich mal nachschauen, ist total einfach. Denn die haben keine Gegner, die können bauen, wie sie wollen. Okay, sie heißen Aka. Ich sage jetzt nicht Aka-A, das ist so lang, ich sage mal Aka. So, Aka kann hier ganz gemütlich rumbauen, hat natürlich schön alle Flacken bzw. Banner aufgebaut, wird dann hier zum Pass. Genau, wird hier hinbauen zum Pass, dann hat es schon mal zwei. Und die werden dann hier ganz gemütlich hinbauen. Dann stellt sich natürlich die Frage, wer von uns alle, bis auf die Geister-Allianz, die nicht vorhanden ist, es sei denn, die schwupps, die Wupptacht auf einmal auf und schafft es in der Mitte, bevor wir es können, denke ich aber nicht, wer wird denn hier die Mitte als erstes kriegen? Das wird wirklich sehr spannend sein. Bleib dabei, schau weiter, denn ich werde weiterhin berichten. Es wird spannend sein. Like und subscribe, comment down below. Und auf Deutsch, like dieses Video, abonniere meinen Kanal und kommentiere gerne unten. Denn ich werde viele weitere Videos für dich produzieren auf Deutsch, denn auf Englisch gibt es so viele. Genau, sei dabei, fühl dich frei. Wenn du irgendwas brauchst, schreib mir. Und ich werde dann sehr gerne darüber ein Video machen. Das war deine Captain Falls. Also這個 Springs islands here, dein Geister-Char France hat, Das war's. Das war's.